90 Minuten und 90 Sekunden, das zweite Viertelfinale, das wichtige Viertelfinale in Deutschland gegen Griechenland. Wir haben ein reines Damen-Team, kann also nicht schief gehen. Ich sage, los geht's! Aber da ist es schon passiert, ein früherer Rückstück für die deutsche Mannschaft. Ja, eins, eins! Der Ausgleich, da haben die Deutschen überhaupt nachgelegt. Eiskalt, wie sie eben sind. Das nächste Turniermannschaft, die fängt in der Viertelfinale an. Der Koffer ist am Fußball zur Viertelfinale. Ja, zwei, eins! Ist das zwei, zwei, eins für Deutschland. So, das ist doch ein dröses Marsch. Der Koffer spielt ja auch der Papadopoulos. Der 24. Koffe! Der Koffer steigt, wir gehen so langsam. Und die Einzeiter sind natürlich direkt weiter. Der Koffer spielt ja auch der Koffer. Und das ist die Führung der Griechen. Und das sind noch vierzig Sekunden. So, hier sind wir vierzig Sekunden drauf. Um die Leute zu haben, vielleicht einen Ausfall zu schaffen. Vielleicht sogar noch das Führungstor. Ganz vorne ist der Koffer, das ist müßig. Da ist es zu Hause. Guck, ich bin die Bande. 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 Und da ist der Ball fast noch mal. Wir haben fast noch höhere Führung für Griechenland. Jetzt kommt noch mal. Ein deutscher Eingriff in den letzten 10 Stunden. Die Chance der Forsten. Der Forsten brennt es für Griechenland. Jetzt spielen die Aufsag. Und das ist das 4 zu 3 für Griechenland. Und damit ist es aus. Es ist aus. Das Riechenland. 4 zu 3 gegen Deutschland. Die deutsche Mannschaft. Wäre laut Rady Amstallippe Kicker-Orakel leider raus. Aber wir haben noch nie richtig gekickert, glaube ich.